Thor van Wendt-Reden, das ist die 677, ebenfalls in den Niederlanden gezogen. Dieses Pferd tierübiger Sportpartner im Preis des Lohnunternehmen Breitfellner aus Bietzen, in diesem Fall für Julian Neumeyer. Sie repräsentiert den Reitverein St. Georg-Iffelsheim. Der Reitverein St. Georg-Iffelsheim. Der Reitverein St. Georg-Iffelsheim. Der Reitverein St. Georg-Iffelsheim. Null, die Zeit in diesem Fall 61,49 Sekunden. Nächster Startler, das ist Florian Dodinczyk vom Falsportverein aus Winterlingen.